Hallöchen und willkommen zu ich mach also bei Minecraft die Geräusche an hahaha nein Show Minecraft und zwar in meiner und zwar würde ich in meiner Minecraft Map ein bisschen herum zeigen hat die Map genug generiert ich hoffe das doch na gut das ist mein Haus beziehungsweise hier ist mein Sonnenaufgang Untergangszeug Treppe geblub geblub was weiß ich halt so ein Ding und dann meine Villa normal ja fehl 4 mit eingerichtet m m ja gar nicht hier so was erstes Haus aber die dann bin ich gehalten mit Katze m das ist so dort kunst die das war das im m tun mit dschungel dschungelbaum denn schweine habe ich eine Plattform gebaut Hallo Sonne die dazu dient man bekommt hier einen Bogen könnte hier in einer dieser Snipen Positionen stellen und wie der Name schon sagt naja so funktionieren naja egal als letztes habe ich hier noch um eine Baustelle wo irgendwo noch irgendwie irgendwas hinkommt ja das soll es auch erstmal gewesen sein vielleicht schon Minecraft und wir sehen uns noch später irgendwie bei Minecraft oder sonstigem jedenfalls tschö